Don Quixote 17. Mauren kämpfen gegen Christen Nach dem furchtbaren Kampfe, den Don Quixote in der sogenannten Höhle des Montesines gegen die gewaltigsten spanischen Recken des letzten Jahrhunderts siegreich bestanden hatte, zählte der fahrende Ritter seinem knappen Einzelnen an den Fingern die berühmtesten Adelsgeschlechter der gallischen Geschichte vor, deren bekannteste Helden er vorgab, während des Gefechtes erkannt zu haben. »Aller gnädigster Herr, ihr kämpftet doch gegen einen Schwarm Fledermäuse und habichte!« »Halt dein Maul, Sancho! Hab ich dir nicht schon einmal gesagt, daß ein höllischer Geist diese Helden in solch fliegendes Ungetier verwandelt habe?« Don Quixote setzte seinen naseweisen Knappen grob zurecht. Nach diesem kurzen Wortgefecht trabten Ritter und Knappe schweigend nebeneinander her. Als der Abend sich niedersenkte, begaben sich beide zum Übernachten in ein Wirtshaus, wo am gleichen Abend eine Puppenkomödie aufgeführt werden sollte. Der Theaterdirektor bot Don Quixote und seinem Begleiter Plätze an, erhielt sein Geld dafür und ließ nun den Vorhang aufziehen. Don Quixote starrte mit Verwunderung auf die Puppen hin, die sich von unsichtbaren Fäden gelenkt auf die natürlichste Weise gebärdeten. Die Handlung, die hauptsächlich in einem Kampfe der Christen gegen die Mauern bestand, interessierte ihn heftig. Die Christen wurden geschlagen, und die Mauern verfolgten sie bis unter die Türme ihrer Stadt. Als Don Quixote sah, daß die Heiden noch einmal über die Christen herfielen, stieg ihm die Galle ins Blut, und es dünkte ihn nicht mehr als recht und billig, den Bedrängten beizustehen. »Haltet ein!« rief er plötzlich, zornig aufspringend den Puppen zu. »Verfolget meine Glaubensbrüder nicht länger, oder ihr habt es mit mir zu tun!« Hastig zog er sein Schwert, sprang auf die Bühne hinauf, und begann mit unerhörter Wut auf die Puppen loszuhauen. Einige schlug er zusammen, anderen hieb er den Kopf ab, die übrigen zerstückelte er, und hätte ein fürchterliches Blutbad angerichtet, wenn die Puppen anstatt aus Leder und Werk aus Fleisch und Blut gewesen wären. Als der Schauspieldirektor wieder zu Atem gekommen war, warf er sich dem wütenden Ritter zu Füßen und bat ihn mit tränenumflorten Blicken, seine armen, leblosen Geschöpfe zu schonen. Don Quixote aber hörte nicht auf das Wehklagen dieses Mannes, und hätte auch ihm den Kopf abgeschlagen, wenn jener sich nicht schleunigst aus dem Staube gemacht hätte. In weniger als zehn Minuten war das ganze Theater zusammengehauen, die versammelten Zuschauer aber jagten panichartig aus dem Hause, und Sancho Panza ward der Ausruf entlockt, daß er noch nie seinen Herrn so wütend und rasend gesehen habe. Erst als das Gemetzel unter den Puppen vollständig gelungen war, beruhigte sich Don Quixote etwas, stützte sich atemlos auf sein Schwert und sagte, »Jetzt möchte ich den Vorwitzigen sehen, der da behauptet, daß ein fahrender Ritter ein unnützer Mensch sei.« »Kluck« 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 »Kluck«